Willkommen liebe Leute zu einer Breiterin hier in dem Fall dreifach Trophytipp für Division 2 zum einzahlmäßig überlegen, Clan-Kollision und erster untergleichen. Dafür müsst ihr natürlich erstmal die gute Dame, die jetzt vor mir hier steht, die Grace Larsen freischalten. Die bekommt ihr automatisch im Verlauf der Hauptstory und zwar sobald ihr hier ankommt bei Das Theater, diese Siedlung hier. Na, da müsst ihr natürlich hier auch für andere Trophäen hier die ganzen Nebenmissionen noch mit abschließen. Natürlich klar die Hauptmissionen auch, damit ihr hier das Ding auf maximalen Ausbaustatus bekommt und im Zuge dessen bekommt ihr auch diese Person, Grace Larsen, automatisch als Rekrutierung halt, damit die zur Verfügung steht. Die wird direkt nach der Rekrutierung erstmal noch im Das Theater stehen bleiben. Solange bis sie halt noch ein bisschen weiter spielt, taucht die hier dann im Weißen Haus schlussendlich auf. Na, aber es wird, könnt ihr die theoretisch auch oder müsst ihr auch direkt anlabern in der Siedlung, soweit ihr die rekrutiert habt und da könnt ihr dann auch schon direkt da den Clan erstellen oder halt alternativ dann später hier im Weißen Haus. So, soweit ihr die habt, wie gesagt, könnt ihr es auch nochmal nachgucken. Options-Taste drücken, hier unter Fortschritt, dann nach rechts rüber, in meinem Fall runter auf die Mitarbeiter und da steht dann in dem Fall die Grace Larsen hier drin als Rekrutiererin. Somit habt ihr die für die Clans. So, dann ladet ihr einfach nur zu dieser Grace hin, öffnet hier das Menü bzw. erstellt einen Clan. Es reicht aus, wie in meinem Fall hier, wenn ihr einfach einen erstellt, in dem nur ihr drin seid. Das reicht und ja, zwei Bedingungen hat das Ganze nur der Name, so als ich habe ich Trophy Hunter genannt, muss länger sein wie drei Buchstaben und der Clan-Tag mit D und Z, wie der zockt halt im Fall jetzt hier, mit nur drei Buchstaben. So, das sind die einzigen Bedingungen, danach habt ihr den Clan erstellt, müsst natürlich nur das Symbol und alles drum und dran auswählen. Aber das reicht, wenn ihr selber den Clan erstellt und dann hier die Trophy aufploppt, in dem Fall mit zahlmäßig überlegen. Alternativ könnt ihr natürlich auch einem Clan beitreten, geht auch, wie ihr wollt. So, soweit ihr das schlussendlich habt und die Trophy Zone X sehen auch, mit zahlmäßig überlegen, geht es am schnellsten, wenn ihr einfach nur das Touchpad drückt, damit ihr hier auf die Karte kommt und dann nach ganz links rüber switcht mit L1, hier rüber auf Konflikt. So, da wählt ihr dann in dem Fall Schnellspiel aus. Na, also einfach nur dann jetzt hier X drücken hier, für Spielersuche beginnen. Und hier warten wir einfach mal kurz mal ab. Es gibt nur zwei Spielmodis, Gefecht und Vorherrschaft. Welches ihr spielt, ist Wurst für die restlichen Trophys. Ihr müsst halt schlussendlich für erste oder gleiche das Match gewinnen. So, aber für die andere Trophy mit Clan-Kollisionen müsst ihr natürlich darauf achten, dass im gegnerischen Team, also in dem Team logischerweise, wo ihr nicht seid, dass da auch einer ist mit so einem Clan-Tag vor seinem Namen, wie jetzt in meinem Fall, man sieht es ja hier mit DOZ, neineckigen Klammern und dann halt meinen ganz normalen PSN-Namen. Genau das gleiche mit irgendeinem Clan-Tag muss im Gegner-Team drin sein, damit dann eigentlich so roundabout 20 Sekunden nach dem Spielstart von dem Konflikt taucht die Trophy dann Clan-Kollisionen auf. Zumindest Stand jetzt kann es sein, dass es auch gepatcht wird, dass es stellerfrei gestalten wird. Aber manchmal dauert das Ding halt so einen Tickel länger. Aber die Trophy kommt dann auf jeden Fall, wenn ihr hier dementsprechend einen gegnerischen Spieler im Gegner-Team drin habt, der einen Clan-Tag vor seinem Namen hat und dann ist gut. So, so an sich hier finde ich jetzt wohl anscheinend kein Match. Macht aber nichts, weil da zeige ich euch das wirklich, gleich mal hier im Anschluss daran, ich denke mal, das ist relativ einleuchtend hier, wo ich dann die beiden Trophies freigeschalten habe. In dem Fall zeige ich euch das schon mal jetzt hier, so weit, vielen Dank für zuschauen. Und wie gesagt, jetzt gleich im Anschluss kommen die zwei Videos hier als Gameplay-Aufnahme hier, wo ich dann diese Trophies freigeschalten habe. Wie gesagt, ihr müsst halt nur auf den Clan-Tag im Gegner-Team achten, dass da einer da ist für die Trophy-Clan-Kollision und natürlich dann das Spiel gewinnen für erster und dergleichen. Und somit habt ihr die dann. Aber halt, der war es einmal bis gleich oder halt bis dann. Viel Spaß damit. Ciao. Ciao. Vielen Dank. Vielen Dank. Ziele werden gleich aktiviert. Bereithalten. Ziele werden gleich aktiviert. Ziele werden gleich aktiviert. Ziele werden gleich aktiviert.